Ah, ihr seid schon da? Ich bin Christoph Schwärzlauch und ich bin Produktmanager bei Wachmann Elektronik und das hier ist unser Headquarter in Feldkirch, in das ich dir heute einen Einblick geben darf. Also, los geht's, komm mit! Hallo miteinander! Zu Beginn unserer kleinen Tour werfen wir einen Blick in unsere Softwareentwicklung. Die Software zur Programmierung unserer Steuerungssystems und zur Erstellung von Maschinenvisualisierungen entwickeln wir selbst. Durch den Einsatz modernster Arbeitsmittel sowie neuerste Technologien wird diese Softwarelandschaft stetig erweitert. Davon profitieren vor allem unsere Kunden, indem wir ihnen Hightech-Lösungen und neue Features bereitstellen, die sie dann wiederum in ihre Produkte integrieren. Nun gehen wir in einen unserer modernen Besprechungsräume, in denen viel Austausch stattfindet und tolle Ideen entstehen. Zeit für eine kurze Pause. Jetzt geht's in die Hardwareentwicklung. Hier herin wird die Elektronik unserer Produkte designt, aufgebaut und auf Herz und Nieren getestet, bevor sie dann in großer Stückzahl in unserer hauseigenen Produktion gefertigt wird. Was? Schon Mittag? Perfekt! Dann zeige ich euch gleich noch unsere Kantine. Spaghetti gibt's heute. Mahlzeit! Nun betreten wir unsere heiligen Hallen die Produktion. Dafür benötigen wir die passende ESD-Kleidung. Hier erfolgt der Endtest unserer Module, bevor sie an unsere Kunden in der ganzen Welt versendet werden. Ich hoffe, diese kleine Tour durch unsere Räumlichkeiten hat dir gefallen und Lust auf mehr gemacht. Für mich geht's jetzt wieder zurück zur Arbeit. Cool, dass du uns bei Bachmann heute besucht hast. Ciao und bis bald! Bis bald!